Heute mal mit der geilsten Challenge und das ist die geilste Challenge. Ich bin hier mit dem Benni, mit Philipp und mit dem Admiral K. Ich bin hier am YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ich bin hier möglich. Ja, easy geil. Und das ist die allerschwerste Challenge. Ich habe es wahrscheinlich hier im Titel gesehen. Das ist die No-Shift-Challenge und ich habe einfach die Shift-Taste auf P gegeben. Das kann ich euch mal zeigen. So, Steuerung und hier P. Seht ihr? Und das ist so extrem schwer, weil einfach beim Jump'n'Run gehört, das Sneaken dazu, Schneaken, geil. Und ja, es ist einfach so wichtig. Und das ist einfach so schwer ohne Shift. Ich bin hier mit dem Philipp. Er ist auch ein richtig guter und es gibt jetzt irgendeinen, er ist extrem gut im Jump'n'Run und ich drehe auf einmal urschnell. Ich muss atmen. Mein Handy läutet und egal, ich stehe Prost. Und es gibt irgendwelche Probleme mit dem Ding. Also ich bekomme nach der Runde, also ich bekomme nach der Runde, also ich bekomme nach der Runde, mach dann ein Reload, dann geht es wieder. Und ich bin das jetzt beim Schlammblüten und habe nicht mal eine gute Sache. Ich bin bei der ersten Base. So wie Angry Nicky. Angry Nicky, unser Griefing-Opfer. Ja, jetzt nimmer. Nachdem, ich kann mir das irgendwie in die Chatbank geben. Ich will das vielleicht noch filmen. Ich bin sage, mal schist euch jetzt auf die ganze Zeit. Ich bin modofassig. Hast du sie? Hast du sie? Hast du sie im Video aufgenommen, wie du dich beleidigt? Ich habe ein Foto von dir gemacht und von Jack and Tabs sind Philipp gescheckt. Dem Angry Nicky wird das noch ladetun. Ja. Leute wusste dir, Angry Nicky ist ein Mädchen. Ich wusste es nicht. Ah, es ist nicht zu privat sexuell nicht. Ah, es ist nicht ja. schüttel nicht einfach nur die kommentare durchlesen ich bin ich ich brauche die Schifftaste ich dachte dass meine Tastatur ist kaputt zu hören wie das nicht nein ich bin so unfair für das ganze Jump-Moran ich bin erst nach den Schleimglocken das ist so schwer zum Glück ich hab fast in Eisengulen geschlagen 20 Jahre hier ok das ist ein Vorteil weil da habe ich immer auch so ein Schiff gedrückt aber jetzt brauche ich es doch das ist so schwer das machen wir mal im Bett aus also wenn ihr ne keine Ahnung nein ich hab's in den Kommentaren ob ich's machen soll im Bett und übrigens Leute ich hab Instagram Instagram ja oder Instagram als ob man ich hab kein Pokémon ich mach jetzt hier rechts oben eine Einblendung nein ich bin so dumm ich bin so dumm Instagram Profil kommt nein nein eine Minute 37 Sekunden später echt nicht ich hol mir jetzt das Secret ich hol mir jetzt ELTU TANGAMUN ok warte ah ich hab zumindest ein Knockback Ding so ein Knockback Hack aber eigentlich weiß es ist oh ich hab kein Wasser gemacht ich hasse es äh ja vörst er Filippi tutet ja vörst er Filippi tutet ja ja me do Jetzt sagtest du ein Hackling. Okay, da ist schon mal Feuer. Da weiß ich, dass du da bist. Okay, wir machen kein Teaming. Ach, da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Oh mein Gott, fast getroffen. Nein! Oh mein Gott, ich wusste... Ich habe das Nicken vergessen. Ich dachte, ich bin so dumm. Ich bin tot. Wir sind so ein kleines Ding da. Ich brauche mal... Oh Gott. Ha, direkt Heilung. Okay, passt. Oh, halbes Herz. Ich habe da auch ein halbes Herz. Ja, Bo-Spam. Bo-Spam mich doch, maaaannn. Dann mach ich jetzt mal an. Schiefer Ton. Was ist das, maaaannn? Nur Bo-Spam, wirklich? Kennen die heutzutage camp-gescheites Bett, was? Das ist kein Bett, das ist Lucky Race, aber egal. Äh, Lucky Race, man. Trotzdem. Oh du, man, wieso spielt er... Es ist so... Wirklich, ich habe keinen Bock, man, so eine Runde zu spielen. Das ist ja nicht mal eine Runde, es ist kein... Es ist gar nichts, man. Es ist Hühnersuppe. Ich schieße Philipp sogar mit diesem TNT in der Lobby ab. Schau, jetzt wartet der da, damit er mich boosbämmen kann. Ja, wirklich, nur am Boosbämmen, siehst du das? Okay. Boosbämmen, wirklich. Es macht keinen Spaß, uns zwischen Spielern zu spielen. Ich boosbämmen, schäm dich. Schäm dich. Das war das Ding. Skavos, komm. Skavos, aber ganz normal, ganz normale Skavos. Okay, warte, dann stelle ich die Shift-Taste wieder zurück. Ich auch. Ganz okay. Ich nehme mal das Kit. Ich... Ich... Hey. Nehme, ich starte Kit. Ich halte zuliebe. Okay, nice. Starte Kit ist ja nicht besser als Endermann, finde ich. Da kann man sich halt mit Endermann sofort hineinporten, aber man kann halt diese eine versteckte Kiste nehmen. Und man kann sich diesen einen Dear-Block nehmen, weil es gibt nämlich ein Secret. Ah ja, stimmt. Wir haben einmal die Map gesprengt und... Nein, das sieht aus, hat man nicht gesehen. Das ist doch... Ich hab's mit X-Ray gesehen. Das heißt, ich hasse... Ich hasse die True-Mium-Server. Das ist ja richtig dumm. Das mag ich gar nicht. Und sag ich eigentlich eine Spitzacke? Jetzt bräuchte ich das mal ab. Ich fette die Aufnahme so lang. Stärke ist da. So, jetzt geh ich weg von meinem Hotkey. Und es passiert mir jetzt wieder. Ich hab vier Goldäpfel. Bitte, 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 lande auf den... Oh mein Gott. So knapp. Ist ja mega knapp gewesen. Diese Runde werde ich so da sehen, glaub ich. Nein, okay, doch nicht. Ich sterbe schon. Ich sterbe fast. Nun schaden, weil ich zu unfähig bin. Eine Kiste zu looten. Oh, direkt schaden. Ich hasse das. Zeichert geht es mir nicht mehr als Spaß. Ich habe mich verloren. Ja, jetzt habe ich endlich meinen Bogen. Ist jemand von euch schon in der Mitte? Ich? Achso. War mit jemand. Das ist... Nehme ich mir das noch. Okay. Kommt wer? Okay, da war ich. Da ist niemand. Und da ist... Bist du. Oh, was habe ich da jetzt gemacht? So. Ich habe natürlich keinen Pfeil. Nehme ich... Doch, ich habe Pfeile. Was ist? Das Pfeile. Na sicher, und ein Bogen. Na komm. Gut, 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 gut. T... Oh, du hast es geschafft. Bitte. Na. als ob wir es nicht tötet oder abstorben und was ist das das ist doch kein spielen ich bin immer nicht tot ich fliege gestorben ich fliege jetzt die ganze oh mein gott ich habe ich lebe noch ich fliege jetzt bin ich tot aber das ist doch der als das uhr das eklige spiel spielte eklig mein gott ich bin aber das war auch kein gutes spiel ist also ganz langweilig ich lebe noch immer das ist macht auch keinen spaß der boos bei mich der tot und er kommt davon hinten es ist nur pussespiel während du da noch in der runde bist gehe ich mal auf kreative und nein ich bin tot jetzt bin ich aber es macht keinen spaß ja auf jeden fall würde ich mal sagen auf wiedersehen seid euer arz ist gelade und bis nächstes mal tschüss tschau